Ah, ich bin's, der Wolfi, ihr wischt mich gerade unterwegs. Dennoch möchte ich euch ganz kurz recht geben. Viele haben mein Video kommentiert, wo es um die Maskenpflicht ging, wo ich mir den Selbstversuch gemacht habe, den ganzen Tag mit der Maske verbracht habe, sogar ein Nickerchen mit der Maske gemacht habe und haben gesagt, das ist doch Bullshit, du bist ein Idiot, du bist ein A-Pum-Pum-Punkt oder was auch immer. Haben ganz viele Daumen runtergegeben, haben mein Video auch in ihren Blasen verteilt, danke für die Reichweite, auch wenn es negative Reichweite war, trotzdem ist es Reichweite. Und ja, ich möchte euch heute sagen, ihr habt mich durchschaut. Ihr habt mich durchschaut. Es ist alles Fake. Und ich habe da sehr viel geschnitten, ich habe da sehr viel rausgeschnitten. Und dieses rausgeschnittene Material möchte ich euch jetzt zeigen. Hi, ich bin's, der Wolfi, und ich habe es euch versprochen, und wir machen das auch heute, Es wird so oder so eine Reise. Viel Spaß. So, wir sind jetzt auch schon. Ich bin jetzt auf dem Weg, und ich habe die Maske jetzt seit 10 Minuten an, oder? 10 Minuten, ja. Und muss sagen, es ist schon jetzt nicht unbedingt der größte Komfort, gerade als Brillenträger, das ist bis jetzt noch vollkommen okay. Wir schneiden noch eine Rose zusammen, und dann haben wir das auf dem Weg geschafft. Jo, also, schauen wir mal, ob das klappt. Hier wäre auch super Gärtner im Einsatz. Leute, Spaß beiseite. Wir haben hier eine Pandemie. Und das macht keinen Spaß, und das ist keine Freude, und das macht keinen Bock von uns, und trotzdem müssen wir da durch. Und die Maske zu tragen, ist ein minimaler Konsens, den wir erreicht haben, und den wir uns erhalten sollten, der uns zumindest Zeit erkauft für den Fall der Fälle, wenn es wirklich wichtig wird. Und diese Zeit, die wir uns hier erkaufen, kann im besten Fall ein Leben retten. Und das sollte es uns allen wert sein, die Maske zu tragen. Das ist ja kein großes Problem. Und wenn ich die ganzen Maskengegner und Corona-Leugner sehe, die dann da irgendwie demonstrieren, dann wird man ja regelmäßig wirklich anders. Und vor allem, und das möchte ich auch sagen als Vater, die Leute, die da ihre Kinder mitschleppen. Das ist so ein besonderer Abschaum, wirklich, und das sage ich auch so deutlich. Da stehen sie dann da mit ihren Kindern, und dann steht vorne einer und ruft, Hey, wir leben in einer Diktatur! Oder, Masken haben schon Kinder getötet! Und dann stehen da die Eltern und machen so, jawohl, super, super. Und die Kinder auch so, äh, ja, super, okay. Und, Leute, was tut ihr euren Kindern an? Was soll denn dabei rauskommen? Und natürlich haben eure Kinder Probleme mit der Maske, wenn ihr den ganzen Tag den Kindern einredet, dass sie daran sterben werden. Wie doof kann man sein? Sorry. Macht's eure Kinder nicht zu den Opfern und zu den Strohmännern und Strohfrauen für eure eigenen Würdenargumentationen. Eure Kinder können nichts dafür, dass ihr so bescheuert seid. Lasst doch die Kinder einfach dabei raus. Und da ganz ehrlich auch einen lieben Gruß an Bodo Schiffmann, der heute auch mit seinen Corona- und Querdenker-Idioten versucht hat, Kinder auf dem Schulweg anzusprechen. Was seid ihr für Menschen? Also, das ist wirklich, also, ne. Ich sage jetzt nicht, was ich sagen möchte, das ist wahrscheinlich strafbar am Ende. Freunde, wirklich, reißt euch einfach zusammen. Das ist so einfach und das ist gar kein großes Problem. Und ich komme auch gerade, ich kann es euch zeigen, nur ganz kurz, vom Corona-Test. Warum? Ich bin nicht krank, ich habe keine Symptome. Ich mache das, weil ich diese Woche mit Risikopatienten zusammenkomme. Und ich möchte, dass diese Risikopatienten die Sicherheit haben, dass sie sicher sind. Und auch ich die Sicherheit habe, dass ich die nicht anstecke. Weil man kann auch asymptomatisch sein. Deswegen testet man. Also, auch an alle Leute, die sagen, hey, hey, wenn wir weniger testen, haben wir weniger Fälle. Ja, aber das ist genauso, wie wenn man sagt, wir zeichnen nur noch, oder wir halten nur noch die Hälfte der Straßenverkehrsunfälle fest. Dann geht auf einmal die Umfeldstatistik zurück. Heißt nicht, dass weniger Leute auf der Straße sterben, ihr Mongos. Okay. Ihr merkt, ich reg mich da leicht drüber auf. Ich bedanke mich bei den Sponsoren dieses Videos, den Ex-Menschen in der Hohlerde, den Nazis auf der dunklen Seite des Mondes, der Bill und Melinda Gates Stiftung, George Soros, Angela Merkel, den Illuminaten und der großen, illustren Weltverschwörung. Ohne eure Klontechnologie und eure finanzielle Unterstützung wäre dieses Video niemals möglich gewesen. Ich bin raus, der Wolfi Klon. Ich bin raus, der Wolfi Klon.